Land ist nicht genug. Masteryachting. Willkommen bei unserem neuen Newsletter von Masteryachting. Da gedrucktes Papier aufgrund des Internet in der Vergangenheit immer mehr an Bedeutung verloren hat, haben wir uns für unseren Katalog etwas ganz Besonderes einfallen lassen. Das Zauberwort heißt AR, Augmented Reality, und gibt uns die Möglichkeit, die reelle Umwelt, in unserem Fall den Katalog, mit interaktiven Inhalten zu versehen. Kurz gesagt, Sie benötigen nur ein Smartphone. Und schon können Sie im Handumdrehen Reviervideos, Turnberichte im Hörbuchformat, Bildergalerien und weitere interessante Links abrufen. Laden Sie sich einfach die App Leia auf Ihr Smartphone, welches sowohl für Android- als auch für iOS-Geräte gratis zur Verfügung steht. Anschließend starten Sie diese und scannen eine unserer Revierseiten. Nach kurzer Zeit werden die hinterlegten Inhalte sichtbar und Sie können diese ganz einfach durch Antippen abrufen. Auch bei einigen Verschatterern sowie auf diversen Anzeigen verstecken sich interessante Inhalte. Versuchen Sie es einfach mal aus. Das ist doch mal was. Genießen Sie auf dem Weg zur Arbeit ein Hörbuch über das Revier Ihrer Wahl oder rufen Sie bei Ihrem nächsten Crewtreffen das passende Video ab, um zu sehen, was Ihr Reiseziel an Sehenswürdigkeiten so bietet. Natürlich haben wir auch wieder Wert darauf gelegt, dass unser Katalog mit seinen Daten jederzeit aktuell ist. Bereits auf den ersten Seiten werden Sie sehen, dass wir bei den meisten Angeboten unserer Verschatterer wie auch schon im letzten Jahr einen sogenannten QR-Code platziert haben. Sobald der Code mit Hilfe Ihrer App gescannt ist, werden Sie automatisch online zu einer Smartphone-optimierten Webseite von Masteryachting geleitet. Diese bietet neben weiteren Informationen zum jeweiligen Verschatterer auch die aktuellen Schiffe, Preise und in vielen Fällen sogar die Verfügbarkeiten der Flotte. Wenn Sie mit Ihrer Crew zusammensitzen und Ihren nächsten Turn planen, so erhalten Sie bei dem Masteryachting-Katalog die aktuellsten Informationen. Auch Sunsail- und Mooringspreise sowie deren Verfügbarkeiten bekommen Sie hier. Auch die Webcodes haben wir wieder für Sie hinterlegt. Diese finden Sie in den Infokästchen zu den einzelnen Schiffen. Geben Sie diese Zahlenkombination direkt auf der Webseite von Masteryachting unter Schnellsuche ein und finden Sie heraus, ob genau diese Yacht zu Ihrem gewünschten Zeitraum zur Verfügung steht und vor allem, was sie kostet. Kataloge mit veralteten Informationen? Fehlanzeige. Zumindest bei Masteryachting. Jetzt wünschen wir Ihnen viel Spaß mit unserem Katalog. Nicht nur heute, nicht nur morgen, sondern auch in Zukunft mit immer aktuellen Informationen. Bis bald!